In den Vereinsfarben vereint, in der Tabelle getrennt. Auf dem Papier sieht der 5-platzierte FV Euler Thyssen als klarer Favorit gegen den Tabellen 16. die Viktoria aus Aschaffenburg aus. Doch bei den Föhlenstädtern kam der Motor zuletzt arg ins Stottern. Die Bachtaler Elf plagen derzeit große Verletzungssorgen, dementsprechend hagelt es vier Pleiten am Stück. Ganz anders sieht dagegen die Gefühlslage bei den Unterfranken aus, die unter Interimstrainer Tuncay Nadaroglu zwei Remis holten und zuletzt gegen Fürth sogar einen 0-3-Rückstand aufholten. Diesen Schwung will die Viktoria mit ins Illertal nehmen, muss aber auf den Doppeltorschützen Arlen Kamtschic verzichten. Und damit rein in die Partie, die allerdings sehr schleppend in Fahrt kam. Erst nach einer halben Stunde gab es die erste richtige Chance des Spiels. Nico Fundl mit einer schönen Hereingabe von links auf den Kopf von Tobias Rühle. Keeper Max Grün lenkt das Ding aber noch an den Pfosten. Milos Kočic steht am Ende im Abseits. Und nur Sekunden später hieß es wieder Rühle gegen Grün. Nach einem Fehler der Gäste steht Illertissens Kapitän alleine vor Aschaffenburgs Keeper. Doch Routine Grün zeigt einmal mehr seine Qualitäten. Die Hausern waren jetzt so richtig angekommen im Spiel. In der 37. Minute ist es wieder Rühle, der diesmal Kočic in Szene setzt. Der bringt allerdings keinen Druck hinter die Kugel. Die Gäste wurden jetzt regelrecht eingeschnürt in der eigenen Hälfte. Fundl hält kurz vor der Pause noch einmal seinen Schlappen hin. Der Ball kullert aber knapp vorbei. Nach einer trostlosen Anfangsphase also zumindest etwas Leben im Föhlenstadion. Aber noch keine Tore. Die zweite Hälfte begann dann mit einer schönen FVI-Kombination per Hacke. Rühle ist dann frei durch. Hamza Butakrit wirft sich aber noch im letzten Moment in den Schuss. Danach allerdings wieder viel Leerlauf. Wir springen in die 68. Minute, wo Niklas Borger kurz mal vom Verteidiger zum Stürmer wird und Glück hat, dass er dieses Ding nur an den eigenen Pfosten köpft. Wenig später dann eine schöne Hereingabe von rechts. Grün zunächst noch mit einer Weltklasse-Parade gegen Lia Momore. Doch dann ist der Aschaffenburger Abwehrriegel gebrochen. Rühle stochert die Kugel zur verdienten Führung über die Linie. Ekstase pur natürlich bei den Hausherren. Die Viktoria musste jetzt also offensiver werden und tat das auch. Kapitän Benjamin Bayer zwingt mit dieser Direktabnahme Keeper Markus Pona zu seiner ersten Parade des Spiels. Geht da noch was für die Gäste? Butakrit kommt noch einmal nach einer Ecke an den Ball, trifft aber nur das Außennetz. Mehr gelang der Viktoria auch nicht mehr. Der FVI holt sich einen knappen Heimdreier. Ja, für uns natürlich ein ganz wichtiger Sieg. Die Situation ist momentan nicht leicht. Wir haben ja eine Vielzahl an verletzten Spielern, das wir jetzt in der Form auch noch nie erlebt hatten. Wir mussten jetzt heute auf acht Spiele verzichten. Dann hat sich auch noch jetzt Nico Fundel leider Gottes schwerer verletzt. Und das trifft natürlich uns als Mannschaft. Und umso beachtlicher war einfach die fußballerische Qualität, die wir heute auf dem Platz bekommen haben. Ich glaube, wir haben das Einzige, was wir uns vorwerfen müssen, ist, dass wir aus der Vielzahl der guten Möglichkeiten nicht früher das Tor gemacht haben. Aber das passt momentan auch zur Situation. Und wir haben dann einfach das Quäntchen oder dieses Tor auch erzwungen. Wir stellen uns aber auch in vielen Situationen einfach oft nicht clever genug an. Wir machen auch viele Schockfehler, die nicht passieren sollten. Und ja, das Tor war dann, ja, das war klar, dass es irgendwann fällt, weil Elia Tissen schon zwei, drei eigentlich sehr, sehr gute Tormöglichkeiten hatte. Auch, glaube ich, zweimal Pfosten getroffen. Aber wie das Tor fällt, das ärgert mich wieder über die Außen. Wir sind dann nicht in der Lage, die Kugel da aus dem Strafraum zu bringen. Haben dann nochmal versucht, alles nach vorne zu werfen. Aber wie gesagt, so die zwingenden Torchancen hatten wir heute nicht. Am Ende schon ein verdienter Sieg für den FV Elia Tissen, der seine Negativserie stoppt und mit dem ersten Dreier seit fast einem Monat auf den vierten Tabellenplatz springt. Der SV Viktoria Schaffenburg wacht dagegen zu spät auf in dieser Partie und kassiert die erste Niederlage unter Interimstrainer Nader Roglu. Die Unterfranken verpassen so den Sprung weg von den Relegationsplätzen.